Musik Der Mann hat uns viele Bücher erzählt und das war sehr lustig, finde ich. Also mir hat das sehr gefallen und das war auch sehr lustig. Ja, toll. Es hat Spaß gemacht. Ja, war wirklich gut. Also ich muss sagen, ich hoffe mir gefällt das Buch, aber ich glaube schon. Ich habe gestern im Internet nachgeschaut, wie das so ist. Ich habe den Text da hinten gelesen. Schaut ziemlich gut zu sein, ja. Die Kinder sind sich also einig, lesen macht Spaß. Das beweist auch die Jubiläumslesung von Kinderbuchautor Christoph Maus. Er trägt Stellen aus seinen Büchern und außerdem noch zwei Mundartgedichte vor. Der Autor ist schon seit der Gründung des Service Centers für Kinderbuchlesungen mit dabei. Und wird die Einrichtung auch in Zukunft weiter unterstützen. Also heute koöpere ich mit der Wirtschaftskammer, mit der ich sehr gern koöpere, seit zehn Jahren. Es kommt immer wieder ein Schönes zustande und ich hoffe, es geht noch mindestens 10, 20, 30, 40 Jahre, weil so weiter. Zehn Jahre, über 5000 Lesungen, mehr als 400.000 begeisterte Schüler. So die Bilanz des Service Centers für Leseförderung. Beheimatet ist die Einrichtung in der Wirtschaftskammer Steiermark. Sie ist aber für Buchhändler und speziell für den Schulbuchhandel österreichweit tätig und wird zur Gänze aus der Branche finanziert. Solche Lesungen gibt es sehr viele. Wir organisieren und kofinanzieren als Service Center für die Branche, für die Buch- und Medienwirtschaft österreichweit um 700 Lesungen und Workshops jährlich. Lesen bildet, Lesen macht Spaß und Lesen vereint. Das zeigt die Jubiläumslesung ganz deutlich. Denn die Kinder aller Volksschulklassen zeigen sich beeindruckt und suchen sich hinterher auch selbst noch etwas zum Schmökern aus. Siemerfassendes Lesen ist als Kulturtechnik die Grundlage fürs Leben. Die Volksschule Stadeck ist außerdem als Lesekompetenzschule ausgezeichnet. Lesungen sind hier keine Seltenheit. Und trotzdem, jedes Mal freuen sich die Kinder auf neue Leseabenteuern. Auch im Rahmen unserer Bibliothek haben wir immer wieder Einladungen von Autoren. Und diesbezüglich sind die Kinder das schon gewöhnt. Aber sie freuen sich immer wieder, wenn ein neues Gesicht an unsere Schule kommt, wo sie nicht nur den Buchumschlag, vom Buchumschlag den Autor kennen, sondern auch wirklich dann zum Angreifen kennenlernen dürfen. Lesen ist der Grundstein aller Bildung. Lesen ist besonders im Kindesalter ein wichtiger Faktor. Und Lesen macht einfach Spaß. All das sind die Gründe für das Service Center für Leseförderung. Nach zehn erfolgreichen Jahren in eine ebenso erfolgversprechende Zukunft zu sehen.